moin moin alle zusammen ich bin's wieder der finch das hier wird ein ganz kurzes video und zwar hat mich friko unser gilden leader mal darauf aufmerksam gemacht weil es mir auch zu dem zeitpunkt noch nicht bekannt war dass wir aktuell den fruchtbaren wald säubern können der button ist bei uns schon implementiert allerdings fehlt uns der zweite versuch wir können diesen button dennoch nutzen und wie wir das ganze machen zeige ich euch jetzt und im anschluss zeige ich euch noch ein video von friko dass es auch funktioniert weil ich kann das am pc nicht nachmachen ich bin ja einfach mit der maus zu langsam und zwar erwählt ganz normal euer team aus was auch immer ihr jetzt wollt und wichtig ist wenn ihr jetzt speichern klickt achtet mal auf den säuberungs button rechts unten er war ganz kurz blau ich zeige es noch mal wichtig ihr müsst immer irgendetwas rausnehmen keine ahnung ein supporter hier aber wieder ganz kurz blau besten fall halt einfach das pokémon weil es am schnellsten geht sondern ein letztes mal es ist so knapp dass man es eigentlich gar nicht erkennt aber es funktioniert sobald ihr das sagen sobald ihr halt gespeichern auch speichern geklickt habt könnt ihr dann halt die gesagt den button spam wenn ihr schnell genug seid funktioniert ist dann kommt ja kommt ja eine kurze es gibt sehne und dann habt ihr ganz normal gesäubert das war es hier an dem punkt eigentlich auch schon wie gesagt ich füge ich noch das video hinzu und wenn euch das video gefallen hat lasst einfach ein like da bei weiteren fragen einfach und discord melden ich verlinke euch wieder alles und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal